Hallihallo, da sind wir wieder in Shing und wir sind jetzt nur in den tiefen Minen und Daniel ist dabei und unterstützt mich, weil allein schaffe ich es eh nicht. Ich probier's, ja. Ich probier's. Achso, ich hatte auch noch für den Fortsetzungs-Screen da. Na gut. Oh. Ja klar, warum nicht gleich rein? So. Jetzt hab ich auch mal was. Nääääh. Also mit dem roten Zeug da, äh, geht man durch wie durch Butter, ne? Ja. Danach schneiden wir noch Tomaten. Könnt noch ein klein wenig Lebensenergie brauchen. Hahaha. Nur ein klein wenig, nicht viel. Oh Gott, jetzt hab ich das befehlt. Okay, ich bin tot. Lass es den Professionellen. Blöden Vögel. Aua. Okay, den haben wir. You're right, wie hoch ist denn nun noch? Oh, guck mal, Mindergrund. Da ist schon wieder. Wir haben wieder so ein Wohnproblem. Oh shit, hast du noch? Achso, ich hab. Wie Gegner. Soll das? Ja. Okay, die Grauen halten aber schon ein bisschen was aus. Ja, geht, geht. Man muss halt einfach ein bisschen draufhauen. Teilung, Sonnen. Oh, jetzt hab ich eins versehentlich aufgeschnupft. Aufgeschnupft. Da ist er wieder. Ne, versperren wir doch das Bild. Du mal Wurm. Willi, der Minenwurm. Oh. Sorry. Willi, der Minenwurm. Schau. Ich hab's nicht an. Na gut, das sieht so gut aus. Oh nein, das ist jetzt der Kampf. Oh nein, das ist jetzt der Kampf. Das ist schön, dass man die wenigstens Wunder werfen kann. Ja, solange man selber drunter fällt, ist alles gut. Aua. Aua. Hää? Hau ich denen die Füße klein. Doch. Warum gehst du jetzt auf mich, du blöder Hellboy-Verschnitt für Arme? Oh, der war vielleicht ein bisschen dumm. Da kommen wir noch mit durch. Ah, schade. Und tschüss. Müssen wir aufpassen, wenn die Grüne kommen, die dürfen wir nicht runterballern. Okay. Gerade eben passiert. Ja, sorry. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, ich weiß schon. Ich hab das auch selber eigentlich schon angemerkt, aber naja. Oh, shit. Ähm, tja, wie nehmen wir denn? Ach, was ist das? Ja, komm, ich film mal auf hier. Ja, natürlich. Kriegst du mal bitte runter? Ja, das wär lustig, oder? Aua. So, was kommt jetzt? Natürlich. Oh nein, diesmal nicht. Äh. Ich hab den falschen Knopf gedrückt beim Locken. Ich glaub es einfach nicht. Oh nein. Die auch noch. Nö, das ist auch nö. Aua. Das ist super fies. Aua. Oh, 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 oh. Jetzt hab ich gar nichts Problem. Wir haben keine Charaktere mehr, ne? Äh, ja. Und du bist der Einzige, der noch... Nein, ich bin noch da. Ja, jetzt da? Äh, auf, auf. Was? Ich bin da la... Okay. Äh, Aufzugleveln. Aufzugleveln waren es zu schlimm, aber die Feinde waren doof. So, den ganzen noch mal nach vorne machen? Ja. Warte mal, das sieht doch mal drüber. Oh, stopp, wütend, Herr Believer. Also gut. So, der nächste. Da fällt er. Das ist eigentlich doof, wenn wir die runterwerfen, weil dann kriegt man denen natürlich auch nicht ihre Sonder-Special-Dinger. Lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ja. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Oh, Moment, den grünen lass ich aber mal da. Oh Gott, jetzt muss ich das grün einsammeln und... Meine Güte. Oh, okay. Das kostet fast gar keine Hit-Points. Ach, komm, ich hab doch getrunken. Oh Mann, ich bin wieder in so einer Toten-Ecke hier gerade. Meine Güte. Jetzt bräuchte ich mal eine Luft. Oh, sorry, ich bin durchgerusht. Woll einfach nur weg. Du mit deinen blöden Bomben da. Ach, nee. What? Nur gut. Äh, jetzt kommen wir doch gleich... Halt, stopp, 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 stopp. Komm her mit der Heilung. Ach, ich wollte nicht beide einsammeln. Ja, doch, passt schon. Du hast sehr genug. Mist. Jo, meinen hab ich runtergeworfen. Was ist dieser schreckliche Geräusche? Es wird größer. weiter natürlich natürlich gehen wir Würmer jagen oder die Jungs das kommt drauf an das kann natürlich auch sein so vielleicht ist er unser freund ich glaube ach das ist nun die jungen ja dann okay ich weiß was wir machen müssen scheiße wir dürfen die wir dürfen die nicht unterwerfen die was zum blitze haben ja ja wir müssen da die anderen da weg machen der kann weg der nimmt schaden okay alles klar der kann weg der kann auch weg theoretisch jetzt ist er weg der kann nicht weg nein ich wollte den letzten schlag nicht machen ich hab manchmal meine kraft nicht unter kontrolle Alter wir helfen dem und dann kommt hier diese scheiße oh hoppla der macht weißt du wir wollen ja nur helfen ja ich gebe ihm beschießen naja wir beschießen die Kicher weg die da bei ihm sind ich muss mal wechseln ähm wäre aber auch schon mal gewechselt ach komm das ist doch fies was der da macht Junge wir sind ein Freund genau hat noch gar keinen mehr oder? haben wir noch einen glaube ich drauf ha 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 ey wieder mich aber runter wirst wo bin ich denn noch da ei das ist doch nicht euer Ernst grad was hat der denn auf dem Kopf? na jetzt hört da mit der Musik da guck ist ihn ganz lieber ich nenne ihn Bernd Bernd der Wurm ich wäre bei Willi ich wäre bei Willi aber guck wir nennen ihn Bernd du bist ich find dein klingt viel netter vor dem Ding es war ein kleiner ein junger ein Bärnchen ja dann machen wir gleich mal weiter ja ah natürlich der hieß natürlich Willi echt? ja da war ein Achievementwerk da stand ein Free Willi cool ok heißt nicht ganz aber es ist ein Spitznummern das Band Licht am Ende des Zundens sehr viel Licht ich hab nen weißen Bildschirm ich auch Willi ah jetzt hm Swimming ist eine Art lange vergessen von meinen Leuten ah so es ist etwas was du nicht tun kannst der Daumen im Hintergrund haha ja ok oh ne das ist ja wieder ein Level für dich du ups und für mich ui wie bin ich denn jetzt da? das Kreature hat uns verletzt das wird nicht gestanden das wird nicht gestanden oh ne nicht so wieder die Kakervögel ui hää öh was schießen sie denn jetzt? das Rohrmoll zum Grund das war perfekt getimed onu oh ne ups aaah achso man kann auf schwimmen Überraschung von hinten! Ich gehe ein bisschen schwimmen. Achso, man kann die auch mit Wasser töten, das ist ja auch cool. Ja, ich komme gar nicht mehr hoch. L-T, L-T. Da ist aber der Daumen. Ops. Äh, ähm, 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 L-T? Ne? Nimm mal einen anderen Charakter. Okay, das geht. Aua. Das geht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Achso, das ist gut. Oh, komm! Das sind solche nervige Gegner. Mehr nervige Gegner. Oh, man muss das nur über den Überblick kriegen hier, was überhaupt los ist. Yes, ha, 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 da war! Jetzt kleen wir doch mal hier den Bildschirm. Ach, nö, wir müssen jetzt weiter schwimmen. Jo. Guck's. Guck's. Ich bin jetzt in der Klauen-Session. Ah, warte mal, hier, machen wir halt so. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich auch irgendwie so eine komische Feder. Ja, das sind die Haare. Jetzt hast du es auch. Ja, wie cool. So was wie so ein Flaggenträger jetzt da. Ja. Schön, jetzt hast du es auch mal gesehen. Jetzt beiß mich doch nicht. Also, manchmal habe ich so leichte Frame-Einbrüche, du auch? Na dann. Oh, nö. Oh, so scheiße. Oh, Mann. Oh, man. Oh, ja, jetzt ist auch noch der Klotz da. Ja, genau. Warte mal, kann ich nicht im Wasser kreisen? Haha. Haha. Du bist so dumm. Du kannst nicht schwimmen. So. Oh nein. Oh nein. Was machst du? Na, keine Ahnung. Irgendwie sind die Gegner wieder. Gib mir dann eine Böhmchen. Ich brauche die mal. Nein. So. Böhmchen da. Ich sehe mich gerade nicht, Alter. Oh Mann, ey. Ich sehe mich gerade nicht, Alter. Oh Mann, ey. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Oh, warte mal. Halt, 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 halt. Äh, ja dann geh mal rein. Ich komme nicht nicht rein. Würde ich gerne, aber ich kann nicht. Warte. Warte. Moment. Jetzt brauche ich auch einen anderen Charakter. So. Jetzt halt. Ich komme nicht rein. Ich auch noch. Die wollen uns nicht rein lassen. Das ist scheine. Willst du etwas gemacht? Mach es dir selbst. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist das dann nur über den Haus raus. Und das Bildschirm halt, ne? Irgendwann mal. Oh. Hä, hallo? Haha. Na, hast du Spaß? Oh. Jetzt komm doch da rüber, Wolle. Oh nein. Nein. Dein End ist hier. Fynn ist hier. Oh, jetzt spring ich voll Schreck runter. Du sagst, du kannst nicht schwimmen. Ich bin ein schnellsterer. Emmett. Oh nein. Was für ein hindertes sicher Drecksschlag. Und hopps. Na, ich schwimm lieber, hm? Du auch? Kommst du her? Nö. Hä? Ich fall immer ins Wasser. Jetzt bin ich da. Oh ne, das ist wieder so ein Samurai. Oh Mann ey. Okay, der ist weg. Nein. Nein, ich bin in der Ecke des Todes. Nein, ich kann immer aufstehen. Die blöde Plus ey. Alle Charaktere sind voll am Anschlag hier. Oh. Und es geht fröhlich weiter. Oh, Moment. Also hier bei dem Level habe ich echt ganz schöne Frametropps. Mal gucken, ob es in der Aufzeichnung, also in der Aufnahme auch so ist. Oh Gott, jetzt sind wir tot. Äh. Ich hab keinen Bock den Scheiß nochmal zu machen. Ja, das wird sich glaube ich nicht vermeiden lassen. Ich bin so hart von ran. Oh nein. Komm schon, stopp! Oh, Mann, ey, ey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Nein, jetzt haben sie mich gekillt. Äh, ich laufe in den Ton-Schädel rum. Ja, ich auch. Jetzt sind wir euch letztes Leben und ich weiß nicht, ob das schon eine Warnung war dafür. War's das? Oh, das war ein knappes Ding. Das war aber wirklich arschklapp. Oh, wir haben eine neue Herausforderung freigeschaltet. Was das wohl sein könnte? Die Teamer verpasst dann. Ja. So, ich würd sagen, wir machen kurze Folgenpause. Natürlich. Dann. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bis denn, ne. Ciao, ciao.